Eröffnungsspiel in der dritten Bundesliga, Saison 17, 18, die Würzburger Kickers die Aufsteiger empfangen. Kickers Offenbach die Aufstiegsambitionen hegen und es wurde deutlich, dass beide Erwartungen gerecht werden, denn die Kickers aus Würzburg bezahlten zu Hause viel, viel Lehrgeld. Offenbach spielte sie nach Belieben aus und gewann ihr verdient 0 zu 9. Die Würzburger hatten überhaupt keine Chance. Hier sehen wir ein Tor von Uccia in der 67. Minute. Mea hat vier Tore geschossen in der ersten Halbzeit. Oetley auf 1. Daniel Etalek 76. Minute mit dem 0 zu 7. Oetley 89. Minute 0 zu 8. Und das 0 zu 9 durch Mea in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Sehen wir hier, wie Lehrgeld bezahlen die Würzburger auf dem Markt. Auf dem Weg nach oben.